Musik Beim Bibellesen neulich begegnete mir wieder dieses etwas merkwürdig klingende Wort Verharren. Ich hatte es gelesen in der Apostelgeschichte, da steht nämlich Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Ich hatte überlegt, was bedeutet für uns heute dieses Verharren? Was steckt in diesem Wort drin? In Verharren steckt drin Ansiedeln, sich festsetzen, ankern, dableiben, eintauchen, in die Tiefe versenken, ausharren. Verharren bedeutet, in unverwandter Aufmerksamkeit, ohne nachzulassen, dran zu bleiben, in ununterbrochener Bereitschaft stehen. In ununterbrochener Bereitschaft stehen, dranbleiben. Um diese Wortbedeutung geht es, wenn wir davon lesen, dass die Jünger und einige Frauen und die Mutter Jesu, die besonders erwähnt wird, in diesem Text, das haben sie gemacht. Sie blieben dran. Sie waren in einer Erwartung, denn sie hatten sich versammelt, weil ihnen war etwas versprochen worden. Sie sollten ein Geschenk bekommen und dieses Geschenk erwarteten sie. Das war nicht etwas so von heute, na ich will mal gucken, ob ich heute Lust habe zum Beten oder ach, das fällt mir heute gerade so schwer und gerade ist auch was ganz anderes in meinem Leben los. Ich höre von vielen Leuten, dass sie mit Beten Mühe haben, dass sie sagen, ach, das fällt mir so schwer und dann habe ich es auch schon wieder vergessen und dann ist der Tag rum und ja, abends beim Zähneputzen, da fällt mir das ja auch mal wieder ein. Das ist nicht das, was die Bibel hier mit verharren meint. Sich in völliger Bereitschaft zu konzentrieren und dran zu bleiben an dem, was der Herr uns an mehr schenken möchte. Darum geht es. Ich will dir noch ein paar Wortbedeutungen jetzt vorlesen, wo du innerlich vielleicht mal bei dir nachhorchen kannst. Wie ist das denn bei mir? Wie ist das in meiner Beziehung mit Jesus, mit dem Heiligen Geist? Wie verhalte ich mich denn in dem Punkt verharren? Da lesen wir, in unverwandter Aufmerksamkeit bleiben, festhalten an Jesus, seinen Heiligen Geist erwarten, sein Mehr unbedingt haben wollen, in einer festen Erwartungshaltung stehen bleiben, ankern, wohnen im Wort Gottes, in die Tiefe seiner selbst versenken, ausdauernd bleiben. Wie kann man das überhaupt schaffen, wirst du vielleicht denken. Aber wir brauchen das gar nicht alleine zu schaffen, nicht in Werkgerechtigkeit etwas abzuarbeiten, sondern der Heilige Geist, der dieses Geschenk war, was die Jünger erwartet haben, Er will uns heute dabei helfen, in diesem Verharren im Glauben, Verharren in der Beziehung zu Jesus, ankern im Wort Gottes, wohnen im Wort Gottes und dieses Mehr von Gott erwarten. Der Satz, den wir immer sagen, heißt, Gott hat mehr für dich. Und der gilt heute an dieser Stelle ganz besonders. Gott hat mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!